Druck aus dem Kessel nehmen. Druck aus dem Kessel nehmen, ja. Das war also der Versuch mit dieser Reiseregelung, die als allererstes, also unmittelbar nach dem Sturz Honeckers, kam also eine Meldung im neuen Deutschland, dass die Regierung beauftragt wird, eine solche Reiseregelung auszuarbeiten. Davon war das alles bestimmt gewesen. Der Druck für die SED im letzten Jahr war nicht die Versorgungslage oder dergleichen, es war die Tat, die Flucht, die also das Image sozusagen der SED, wie immer es also betrachtet worden sein mag zuvor schon, aber vollends also ruinierte, wenn man so will, und das musste unterbunden werden. Es war zugleich für den Block also die sensationellste, viel sensationeller als ein Alkoholverbot in der Sowjetunion einzuführen, weil das Auswirkungen hatte also auf den Westen, im Grunde auf die europäische Konstellation überhaupt letztlich. So wissen wir ja heute. Aber damals sahen wir das noch nicht so, sondern betrachteten das als einen Versuch zur Stabilisierung der DDR.